Hallo ihr Freunde, Willkommen zu... Hallo bei HFP zum 2. Fall mit dem Johannes, mit dem Sochi, mit dem Hardy und mit dem Kevin. Genau! Welcome to back! The Titanfall! Beta multiplayer! Was ist denn hier? Hey, Sochi, hey, 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 hey. Alter, du bist schwarz. Cool, ich bin... Ausländer raus! Ja, genau. Boah, ich werd alles töten, genau weil ich schwarz bin. Hä, nur weil ich schwarz bin. Wir kriegen schwarz, schwarz ist im Schwarz. Ach du, Scheiß, was war das denn? Direkt meinen ersten gekillt hier, Alter, mit Headshot sogar. Boah, Alter! Fuck! Also regeneriert sich das Leben nach einer Weile? Ja, aber es dauert echt ein bisschen lange, find ich. Aber ich finde, es ist auch in Ordnung so. Also ich finde, es find ich vollkommen in Ordnung, dass es, äh, so lange braucht. Alter! Das ist... Ach, schade. Da musste einfach nichts... Ja, die Shotgun ist wohl ziemlich, äh, stark. Also die macht wohl... Die macht wohl... Die macht wohl Run-Shot. Das ist gar nichts. Ist mein Titan ready? Ja. Boah, was war das für ne Granate? Ja, warum nicht, ne? Ja, man hat dort auch noch Stamina müssen. Geil! Ich hab jetzt, ich hab jetzt hier, äh, ähm, Stamina als Perk. Aua. Aua. Gar nicht. Noll. Bam. Scheiße von zwei Seiten. Ach, kacke. Okay. Okay. Man merkt aber, wie es der Spieler ist. Sie halten eindeutig mit Schlüssel aus. Ja, ja, klar. Oh, mein Titanfall ist ready. Los! Ich weiß nicht, wie das mit der... sich das auf die KD auswirkt, äh, mit den Crunch. Du weißt, die KD gibt's nämlich. Finde ich gut. Das, finde ich gut. Na dann, Titan. Ich hab meinen eigenen Titan... Oh, guck mal, da ist er ja. Bin grad auf einen anderen Titan. Hopp, ich denke ich. Oh, lad nach, komm. Ist eigentlich der Schub hier. Was ist denn ein Rocket Jump? Kennst du nicht den Rocket Jump, Alter? Ne. Den Endverpfiff? Du schießt, also springst, schießt auf den Boden und dann... ...schneidet... Ich nenne du fuck. Aaaaah, der FP fliege umgebrungen. Pilot, your Titan will be ready in 2 Minuten. Ne, ich hab kurz noch keinen Armbrück gehabt. Oh, ich weiß nicht, was du meinst. Boah. Komm, lauf hier vorbei. Wie kann der Titan eine Nahkampfattacke machen? Äh, ich glaub C. Auf Standards... Also standardmäßig. So gern vorbei ist, dass die Wette ist. Leute! Bitte, schau mal, wo ich bin. Ich seh's grad nicht, sorry. Du kannst hier oben auf den Fernsehtrom drauf. Ja, da steh ich grad drauf. Okay. Schau mal nach oben. Ich meinte eigentlich nicht den Trom, sondern das Gebäude mit den höheren Trommen oben drauf. Das dürftest du eigentlich schon da aussehen. Warte, ich hör mal. Wenn man aus dem Titan rausspringt, weil der kaputt ist, dann kann man da landen. Oh, mein Titan ist gleich nochmal ready. So, jetzt campen wir auch mal. Also spinn. Ne. Warm, Alter. Ich seh's auf'n feindlichen Titan, Alter. Wir sind definitiv hinter dir. Wir sind definitiv hinter dir. Kommst du weg! Er hat mich ab... Er hat mich da runter geschossen. Scheiße. Er selbst kann das eigentlich nicht. Ein anderer Typ. Ja, ein anderer. Ich meine halt. Ein anderer hat mich da runtergeballert. Oh. Oh. Guten Tag, Titan. Was geht? AI offline. Pilots will engage. Ähm. Titan. Boop. Eigentlich, ich hab gerade ja alles. Ich bin so krass. Ja. Ich bin so krass. Ja. Ich bin so krass. Ich bin so krass. Okay, ja. Bei mir ist das 10 mit den Attacken. Komm, Alter. Rauf da. Hau ihm die Brübe weg! Und... Bäm, Alter. Weg ist er. Aua. Lauf. Titan ist gleich soweit. Aua. Aua. Achso. Freut mich, ja. Julius kann nachher auch mitspielen. Wer? Julius, äh. Von meinem Chef, der Freund. Ähm. Der kann dann... Alter, der Donut gerade meine ich natürlich. Also da... D30 im BG-Sekunde. Also durfte... Naja, durfte... Nicht lange dauern. Bis schon bei 70%. Ich hab aber vielleicht lange gedauert. Das ist so oder so nicht. Naja, für zur Spielarbeit war das schon nicht kurz. Ich hab teilweise nur 2 Megabyte gesammelt, obwohl ich nur 768 hab. Hey, hab jetzt so irgendwie 45 Minuten gekommen. Oha. Mein Titan, Svenny. Nein! Down, zack. Wo ist mein Titan eigentlich? Komm schon, Titan! Ich hab noch was. Wir müssen flüchten. Woher? Ohhhhhhhh. Wie sind denn eigentlich immer ein Verlierer-Team? Ich hab noch keine Ahnung. Warum bist du immer ein Verlierer-Team? Ja, keine Frage. Warum bist du? Weil ich dich im Team gehöre? Scheiße. Alles rum genauso, ne? Ich bin selber... Ich hab mich selbst gekriegt wie das. Ah, ich kann nicht mehr entkommen. Ich bin schon weg. Ja, die Runde war nicht ganz so gut. Wobei, vier Titanquill ist nicht schlecht. Komm, Soji, du packst es. Scheiße, ich bin... Ah... Lauf vorbei, lauf zum Schiff, schnell. Oh, neben dir. Ah, schade. Einer, einer, einer aus unserem Team lebt noch. Einer nur noch. Gut, und der ist vielleicht geschickt, oder? Nee, schaffst du's? Ah, weiß nicht. Ja, doch, er kommt hoch. Da ist aber ein Gegner oben auf dem Dach. Oh, Alter, das war jetzt gemein. Tod. Wurde dann auch erschossen. Arme Sau. Arme Sau, genau. Okay, Leute, das war's. Wieder mit der Runde. Dein Fallmeta. Haut rein. Von euch kein Tschüss so. Nicht. Warum denn auch? Warum?